Untertitelung des ZDF, 2020 Komplett schwerelos, dahinzugleiten? Ah! Verdammter Mist! Das darf doch nicht wahr sein! Hallo, alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Nein, nein! Alles noch dran. Alles heil. Zum Glück. Soll ich Ihnen vielleicht irgendwie runterhelfen? Nicht nötig. Ich hab's gleich. Am besten, Sie gehen ein paar Schritte weiter nach hinten. Nicht, dass ich noch auf Sie drauffalle. Okay. Okay, ähm, ich, ähm, ich, ähm, äh, 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 sind Sie überhaupt noch da? Also, Sie müssen schon stehen bleiben. So machen Sie es nur noch schlimmer. Ja, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Wir haben's ja gleich. Langsam. Ui, ich bin... Ah! Ach! Ach, geschafft. Ach, danke. Sie haben mich gerettet. Das war ja auch meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Oh! Ach, Entschuldigung. Ohne mich wären sie ja gar nicht in die Lage gekommen. Sind sie überhaupt noch da? Also sie müssen schon stehen bleiben. So machen sie es nur noch schlimmer. Keine Panik, keine Panik. Wir haben es ja gleich. Langsam. Ah! Geschafft. Danke. Sie haben mich gerettet. Das war ja auch meine verdammte Pflicht. Wow. Wichelheim scheint mir echt Glück zu bringen. Schau mal. Ganz schön mutig, oder? So frei wie ein Vogel am Himmel zu schweben. Also mir wird eher schon schlecht. Nein, nicht nötig. Ich hab's gleich. Am besten, Sie gehen ein paar Schritte weiter nach hinten. Nicht, dass ich noch auf Sie drauffalle. Oh! Oh, okay. Ich, ähm... Ich, ähm... Hallo? Beim Hingucken. Glaubt mir, mir auch. Aber... Es muss schon ein Wahnsinnsgefühl sein, so. Komplett schwerelos dahin zu gleiten. Ah! Ah! Verdammter Mist! Das darf doch nicht wahr sein! Ich, äh... Hallo? Alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Äh... Nein, nein. Alles noch dran. Alles heil. Zum Glück. Ähm... Soll ich Ihnen vielleicht irgendwie runterhelfen?